Guten Abend, mein Name ist Dominik Bachmann. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Chat-Event. Das Thema dieses Abends ist Versicherungen, einerseits Sozialversicherung, andererseits Privatversicherung. Da habe ich eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht vorweg, es ist sicherlich vielen schon bekannt, dass nächstes Jahr wieder die Krankenkassenprämien steigen werden und da tauchen immer wieder Fragen auf im Zusammenhang mit der Versicherungsgesellschaft, mit der Franchise etc. Die gute Nachricht ist, dass es in der Zwischenzeit in der Schweiz möglich ist, auch für Menschen mit HIV eine Lebensversicherung abzuschließen, allerdings auch mit gewissen Einschränkungen und dazu möchte ich gerne Auskunft geben. Ich bin gespannt auf den Chat-Event und hoffe, dass sehr viele Fragen kommen werden.